Ich bin Michael Lehner, ich bin Coach und Kommunikationsexperte und ich leite den zweitägigen Workshop Texten und Sprechen wie Studio 1. Wir fokussieren in diesen zwei Tagen auf Verständlichkeit. Das heisst, wir machen Übungen, wie kann ich verständlich texten, so dass die Message von meinem Video gut rüberkommt. Wir werden in diesen zwei Tagen aber auch darüber reden, wie kann man Rhythmus in einem Text, so dass wenn man das Video schaut, findet, wow, das ist spannend gewesen. Und drittens, wir schauen, wie man mit Texten kann die Aufmerksamkeit vom Zuschauer oder vom User steuern. Wenn wir einen guten Text haben, der zum Bild passt, dann machst du eine Aufnahme und wir schauen, wie kann man das aufnehmen, so dass es noch viel dichter wird und das Ganze wie ein Gesamtkunstwerk wird von Ton, Bild und Text. Nach diesen zwei Tagen kannst du besser texten, besser Geschichten erzählen und die Geschichten besser vertonen. Das heisst, man schaut deine Videos lieber und man versteht, was deine Aussage ist. Wir sehen uns im Studio 1 zum Workshop. Ich freue mich. Roten Shop bin in 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 Vielen Dank.